Graveyard Another page in the tail of the graves Another stage in the unpaid trail that we place Wenn die Gruppe, ich und andere, auf einem Schritt wäre und es sinken würde, wer glaubt ihr würde gerettet werden? Ja, Deutschland! Nun gut, wisst ihr, was CDU heißt? Ja, Club der Unfähigen! Bist du dumm, das heißt christlich-demokratische Union! Ja, Frau Merkel, ich hatte mal eine Frage. Was tun Sie eigentlich mit Ihren alten Klamotten? Äh, anziehen? Frau Merkel, seht ihr mal, wie hässlich Sie auf diesem Bild aussehen? Das lassen wir Ihnen bieten! Oh nein, Herr, ich versuch jetzt für Warnung! Warum ist der denn schon wieder zu spät? Weiß nicht! Guten Tag! Heute werden wir ein Cola-Mentos-Experiment durchführen. Ich bin euer Physik-Lehrer Albert Einstein. Sagen Sie mal, gibt es eigentlich Leben auf dem Mond? Ja, bestimmt, da ist doch immer das Licht an. Ah, das habt ihr später. Lasst uns zum Experiment gehen. Meine Schwester spielt immer die beleidigte Leberwurst. Du hast es gut. Meine Schwester spielt immer die beleidigte Leberwurst. Hey, Biba, dich kennen wir alle. Werden Sie einfach zu nix? Musikgeschichte. Ich, Michael Jackson. Uh! Und mein Name ist Mozart. Ey, Jackson, warum haben die Eltenwände kein Echowände geklagt? Für dich immer noch Biba. Nein, Elten. Biba klagen noch nicht. Für dich keine Antwort, keine Ahnung. Habt ihr eine wichtige Idee, was wir heute machen können? Herr Mozart, du könntest doch ein Lied vorspielen als Musik. Wunderkind der Musik. Wir müssen aber nicht mehr mitgehen. Wir müssen auch keine Kühe. Kühe geben wir nicht mehr mit, weil die Musik hören. Wunderkind der Musik. Was sagen wir als Englisch wie Übersetzung? Wir haben Englisch Textübersetzung. Jonas, du gibst. Beere, Abrete, Schipps. Und die Übersetzung? Wer sind die Schipps? Nein, das heißt, wo sind die Schippe? Gib ihm bitte eine Antwort und weiter. Ein Leitdoks. Aber ich mag keine Doks. Erste sind blöd. Dork heißt Hund und Schmerz. Vielleicht ist der Text noch etwas zu schwer für euch. Lass uns noch etwas sehen. Wie wäre es dann mit Happy Birthday? Das kennen Sie doch alle. Zwo, vier. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Afrikose in der Hose und ein A-Schritt dazu. Sportball! Keine Einheit, ich kann noch keinen Spaß machen. Warum? Ich habe immerhin zu uns für deine, wie die Fremde. Was ist das für deine Arbeit? Das ist die Anzeige. Das ist die Anzeige, die wir heute haben, die wir heute haben, die wir heute haben. Was hat denn passiert, wie wir heute haben? Also, was ist meine Arbeit? Ja, das ist die Anzeige. Okay. Das ist die Anzeige, die wir heute haben. Hier ist die Anzeige, die wir heute haben. Das ist die Anzeige, die wir heute haben. Ich habe heute, die wir heute haben. Komm, zwei, drei, drei. Oh. Nachrichten! Nachrichten! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017